Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag, der auf meinem Discord eingereicht wurde. Wenn ihr da noch nicht drauf seid, dann seid ihr gerne eingeladen. Ich versuch's in den PIN Kommentar reinzupacken ansonsten. In der Videobeschreibung steht auf jeden Fall der Link von meinem Discord drin. Schaut auf jeden Fall vorbei, da könnt ihr jederzeit Videovorschläge reinposten. Würde ich sehr appreciaten und deswegen gucken wir uns heute an. YouTube-Kacke, coole Werbung. Ja, ich hab Stefan dabei. Let's go. Ja, es ist wieder Zeit für Soße. Schon komisch, wenn man sein Dreckskinn zum ersten Mal hergibt. Plötzlich wird alles so hoß. Und egal, was du früher gedacht hast, jetzt bist du mein Spaß. Ist das ein hübsches Kleid? Von Persil, sieh, sieh. Irgendwann kommt jeder. Ja, okay. Das waren schon mal ein paar Statements am Anfang des Videos. Irgendwann kommt jeder und ein Kleid von Persil habe ich an der Stelle auch noch nicht gesehen. Aber trotzdem klingt das schon mal sehr wild an. Greifen Sie bei Erkältungen zu Kontra-Kar-Kon-Ko-Ki-Bis. Tja, liebe Illmann. Ähm, Lohllmann. Ich sage immer, je härter man fliegt, so angenehmer muss man scheißen. War der was? Was hat er gesagt? Hat er scheißen gesagt? Ja. Oh Mann ey. Ja, hat er ja recht. Das sind wirklich Weisheiten an der Stelle wieder mal. Weil es gibt nichts über den schönen, angenehmen... Äh, weiß schon. Ja, weiß schon. Warten Sie weiter so, Oost. Dann sitzen Sie auch mal in einem Wagen mit all der... Saas. Schon passiert. Warte, was? Was war da gerade? Da waren persilte Tomaten eigentlich. Ja, ich dachte, es müsste so... Warten Sie weiter so, Oost. Dann sitzen Sie auch mal in einem Wagen mit all der... Saas. Schon passiert. Wild. Okay, ich weiß nicht warum, aber der hat mich abgeholt. So gehe ich beim nächsten Mal Oost. Einfach so ans Telefon gehen. Egal, der Anruf. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich finde das so witzig gerade. Aber, weiß nicht, versucht er gerade am Telefon irgendwie Werbung zu machen? Also, versucht er gerade einfach den Kaffee zu verkaufen übers Telefon, Alter? Ja, aber warum ruft denn ihn dafür jemand an? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Kann ja eine Marketingstrategie sein. Man weiß es nicht. Vielleicht versuch es immer, dass der andere gerade ihm was zu verkaufen wäre. Oh mein Gott. Irgendwie wilder. Papi, du kannst kochen. Ja, mit einer Wundertüte. Aber du hast doch gesagt... Echt, mit der Wundertüte könnte ich auch kochen. Digga, einfach mit einer Wundertüte was zu essen hat, oder? Safe. Es gibt keine Wunder. Ich kann passen mal auf. Auf die Tüte. Fertig. Schiech. Wow. Guck mal. Ja. Wenn dir das neue Rich Racer Evolution zu schnell ist, dann ist dir das neue Rich Racer Evolution zu schnell. LNL. Rare, Rare. Wenn dir das neue Rich Racer zu schnell... Das sind noch Racer Rich Racer, Alter. Es durfte nicht fehlen, ey. Ich hab so ein bisschen Original-Ausschnitte von dem... Ich dachte mir gerade, warum ist das so laut und so übel übersteuert, aber ja, okay. Jetzt fehlt nur noch ein guter geschmeidiger Reim am Ende und das Spiel hat mich auf jeden Fall. LNL. Dann spiel doch hier mit. Sony Playstation. It's not a Playstation. It's a G-Station. Oh mein Gott. Puh. Das ist schwierig. Was soll man dazu sagen? Reiner, Alter. Kaufen. Genau. Du, 92er. Kleine Kostprobe gefällig. Klar. Ist dir nicht gut? Doch, aber ich mein, das war's. Die neuen Feritabs. Strahlen harter Stanz. Juki. Also diese Werbung, die kommt aus einer ganz anderen Zeitzone. Kann das sein? Ich glaub auch. Also das ist ja mal geisterkrank, wild. Wenn der Riesen auskommt, hilft nur eins und eins. Punica. Du bist, du bist. Sase-Eiscreme. Viel frische Sase macht es so traumhaft saßig. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Digga, das war so lecker. Ich bin fast verleidet, das gleich nochmal zu probieren. Ich möchte bitte, dass wir diesen Werbeclip so nachstellen, Alter. Okay, dann bin ich diesmal auch die Frau, okay? Diesmal. Alter, wer, ey. Scheiße. Okay, okay, okay. Sache der Große Schaft. Ja, natürlich ist es der Große Schaft, Alter. Der Leidenschaft. Ach, egal. Lassen wir es wieder. Kurs geht raus, dann schockt sich auch nochmal an der Stelle. So ganz weit auf den Mund. Ja, mit dieser herrlich dicken, richtig nackigen Schuppe-Schalale. Und jetzt tun sie es. Ja. Junge, was? Digga. Also die Werbungstapes, ohne dass es eine YouTube-Kacke wäre, ist sie etwas verstörend. Richtig. Also, wie lange gibt es Pick-Up schon? Ich dachte, das Zeug gibt es auch gar nicht so lange. Ey, anscheinend gibt es es schon locker Anfang 2000er oder so. Anscheinend schon, ja. Pick-Up, die macht es Kack. Die Kack. Endlich. Jetzt, jetzt geht's los. Jetzt kommt es los, Alter. Jetzt geht's los. Alter, ja. Sie kennen Sie ja, unsere Magi-Jägersauce. Rezepte gibt's gratis. Vom Magi-Kockstudio. Ah, ja. Haben Sie schon mal masturbiert? Das ist ganz einfach. Sehen Sie? Probieren Sie doch auch mal Asbest auf meine Eier zu streichen? Sehen Sie? Super-Super-Koks bei Oma. Na, das kann ja heiter werden. Oh. Erstmal eine Koksleine im Auto zieht auf Entspannt. Wer macht's doch noch mal? Ach, Mann. Er hat schon irgendwelche anderen Substanz im Ritter. Ich wollte es auch schon sagen, Alter. Holy shit. Oh, das hat doch noch so. Bei mir ist heute Miraculi-Tag. Oh. Ha, 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 ha. Ich höre. Hey, Digga, nein. Oh, Mann, weiß ich es nicht. Alter. Okay, ein sehr verstörendes Ende. Also, sehr, sehr geiles Video von Hunter unterstrich 96. Schaut auf jeden Fall vorbei. Kanal unten wie immer in der Videobeschreibung. Vor allen Dingen, wenn euch die Reaktion gefallen hat, lebt mich auch sehr über den Liken. Abole, Mord, Kommentare, Freunde. Schreibt mir natürlich sehr gerne neue Vorschläge in die Kommentare. Oder kommt auf den Discord und schickt sie da rein. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.